Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 6 News Update. Es ist endlich soweit, heute um 17 Uhr wurde der Gameplay-Trailer zu Season 6 veröffentlicht. Die meisten von euch haben es in meinem Livestream verfolgt. Im Livestream habe ich dann auch eine Analyse gemacht. Wer das nicht gesehen hat, für euch ist dieses Video jetzt gedacht, ich zeige euch jetzt den Trailer nochmal. Danach gibt es nochmal eine Analyse. Vorab ein kleiner Spoiler, die meist nur die interessantesten Sachen in dem Trailer sind erst so ungefähr ab Mitte des Trailers zu sehen. Es kommt zum Beispiel ein interessanter Hop-Up zurück. Es kommt eine Waffe zurück, die jetzt eine goldene Waffe war und so weiter und so fort. Es gibt eine Menge zu erzählen, eine Menge vor allen Dingen auch zu übersehen. Ich hoffe, dass ich alles gesehen habe. Sollte ich irgendwas übersehen haben, erkläre ich auch in der Analyse nochmal, sollte ich was übersehen haben. Ihr könnt mich in den Kommentaren natürlich gerne vervollständigen. Alles kann man nun mal manchmal gerade in der Aufregung und in der Euphorie nicht sehen. Ich zeige euch jetzt den Trailer, dann die Analyse vorab. Wie immer schon mal den Video einen Daumen nach oben da lassen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends gerade jetzt kurz vorm Start von Season 6 nichts verpassen wollt. Nächste Woche zum Start gibt es natürlich wieder ein Patchnote-Video, ein Rampart-Guide und so weiter. Und nochmal gerne den Shoutout an ca. 38% die regelmäßig einschalten, nicht abonniert haben. Wir stehen kurz vor den 9000 und ich könnte mir vorstellen, in Season 6 noch die 10k zu erreichen. Und danke an alle, die mich bis hierhin supportet haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dran bleibt. Das war es jetzt von mir. Viel Spaß bei dem Trailer und dann bei der Analyse. Das war es jetzt von der Analyse. Das war es jetzt von der Analyse. Das war es jetzt von der Analyse. Ich bin zu Party. Du bist in meinem Haus jetzt. Die Halt beginnt. Material is here. Very well. Remarkable. I got you, Woodman. Tell me I'm in trouble. Everyone dies! It's party time. Ha ha! Do you think I'm afraid of you? Sorry, not sorry. Something big is on the horizon. And remember, I'll be watching. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah! Let's go. 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 Und auf der linken Seite war der allererste Teaser zu Season 6, die erste Phase sozusagen, wo der Kran stand mit diesem Triebwerk an den Seilen. Und ich nehme mal an, dass das hier diese Raketenabschlussrampe ist. Und ich denke auch, dass dieses Triebwerk nur eine symbolische Geschichte war, weil dieses Triebwerk einfach viel zu klein für diese fette Rakete war oder ist. Hier behaupte ich übrigens, dass es ein neuer Skin für Bangalore ist. Passend zu Rampart, weil Rampart ist eine Inderin und diese Farben, das passt so ein bisschen zu diesem indischen Holy Festival, glaube ich, heißt das. So, hier haben wir ein Battle Pass Skin, wahrscheinlich ein seltener, könnte ich mir vorstellen. In grün, nagelt mich jetzt nicht fest, ich bin manchmal ein bisschen schrüsselig, was die Waffenerkennung betrifft. Aber ich würde sagen, das ist die Triple Take. Das dürfte die G7 sein, ganz klar. Dann haben wir hier bei den beiden, da hapert es bei mir immer ein bisschen. Ich glaube, das ist die Spitfire und das ist die Devotion. Aber den Skin, naja, ist wahrscheinlich auch ein seltener Skin. Der haut mich jetzt so absolut nicht vom Hocker. Aber Geschmäcker sind verschieden. Moment, hier hat die Stopptaste nicht funktioniert. Hier sehen wir einen Battle Pass Skin für Octane. Das ist wahrscheinlich ein legendärer Battle Pass Stufe 50, 25, sowas in der Dreh, könnte ich mir hier vorstellen. Und ich denke, der Bloodhound Skin, der gleich noch kommt, wird ein anderer legendärer Skin aus dem Battle Pass sein. Oder, wie wir hier sehen, das könnte auch sein, dieser Skin von Pathfinder. Und wir sehen auch hier dieses R von Rampart, dieses Logo. Wahrscheinlich wird das eher ein legendärer Skin aus dem Battle Pass sein. Und hier möchte ich nebenbei, ich werde dazu vielleicht noch ein Video machen, Man kann eventuell davon ausgehen, dass Rampart die Erschafferin von Pathfinder ist. Vielleicht erfahren wir das, im Dezember kommt ja dieses Pathfinder Storybuch raus mit knapp 200 Seiten, weil er auf der Suche nach seinem Erschaffer ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Rampart ist, weil aus dem Stories from the Outland Trailer gibt es eine Stelle, da sieht man Blueprints und dort ist Pathfinder drauf zu sehen. Man könnte darauf schließen. Ich gehe mal davon aus, dass ich dafür nochmal ein extra Video mache. Hier haben wir Bloodhound, auch ein sehr, sehr geiler Skin, aber ob es ein legendärer ist, sind wir mal gespannt. Vielleicht kriegen wir auch drei legendäre Skins im Battle Pass. Wäre auch geil. Hier von der Seite. Es sieht ja nicht absolut geil aus. Und ich vermute, dass das der Level 110 Battle Pass Skin für die G7 sein wird. Durch mal die Reaktivität an mir, wie die Flammen aus dieser Waffe schießen, sieht das nicht einfach ultra genial aus. Auch wieder dieses R-Logo, das passt einfach mega geil in diese Waffe hinein. So, Moment, noch ein Stück zurück. Das ist jetzt die Bohrstelle, wie sie neu aussieht. Hier sehen wir im Hintergrund auch wieder das Zugdepot, quasi mal von der anderen Seite. Sieht ultra stark aus und ich bin echt gespannt, wie umfangreich der Spot im Allgemeinen wird. Auch, ob man hier diese Räume betreten kann oder eben auch nicht, könnte ich mir gut vorstellen. So, das ist glaube ich die andere Seite vom Harvester, könnte ich mir vorstellen. 100%ig sicher bin ich mir hier jetzt nicht, aber ich glaube, das ist der Durchgang nach hier hinten. Und hier ist der Harvester. Dieses Gebäude ist auf jeden Fall auch neu. Sollte ich hier etwas falsch liegen mit den Orten, da habe ich es manchmal nicht so. Also, hier sehen wir nochmal die Bohrstelle. Es sieht aus wie die Bohrstelle. Ich glaube, dass es hier auch die Bohrstelle ist, aber... Nee, Moment, nee, das ist definitiv nicht die Bohrstelle hier hinten, diese Brücke. Das ist irgendeine andere Stelle. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass ich hier ein bisschen falsch liege. Auf jeden Fall auch ein Riesenspot. Viele große Kräne. Mal sehen, was hier passiert. Ich bin mal gespannt, ob die Kräne könnten sich bewegen. Das würde ich ganz geil finden, wenn man quasi hier in diesen kleinen Dingern drinnen hängt, wie es auch beim Zugdepot der Fall ist, dass die sich vielleicht bewegen mit irgendeinem Schalter oder so. Würde ich ganz, ganz cool finden. Hier übrigens gerade so eine Art Barrikade, die sich aufstellt. Und es ist definitiv nicht die Barrikade, quasi die passiv... Nee, die taktische Fähigkeit von Rampart. Sie fällt mir ja gerade auf hier. So absolut die Kratzspuren dafür, dass hier das Teil immer aufgebaut wird. Kann man wahrscheinlich mit einem Knopfdruck eine Barrikade aufstellen, um so Schutz vor dem Gegner zu haben. Könnte ich mir fest vorstellen. So, gibt es hier noch irgendwas im Hintergrund zu sehen, was ich vielleicht übersehe? Hier haben wir nochmal den Pathfinder mit seinem Skin von hinten. Jetzt wird das Crafting vorgestellt. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Geschichte, denn wir sehen hier gleich, dass einiges zurückkommt, was rausgepatcht wurde. So sieht das Teil aus. Wenn wir hier rangehen, brauchen wir wahrscheinlich eine gewisse Menge an Crafting-Material. Und dann können wir das aktivieren. Wie das aussieht, ob wir Crafting-Material irgendwo auf der Map erstmal finden können, ob wir das vielleicht durch Kills bekommen oder Assists, das bleibt noch fraglich. Jedenfalls wird das jetzt geöffnet. Und jetzt sehen wir, wie das ingame aussieht. Und das ist nämlich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und tatsächlich, vorhin in meiner Live-Analyse im Livestream dachte ich, das ist ein erweitertes Magazin für die Sniper. Aber es ist nicht der Fall. Wir sehen hier auf jeden Fall, dass die Devotion definitiv keine goldene Airdrop-Waffe mehr ist. Das heißt, irgendeine andere Waffe tauscht den Platz mit ihr. Ob das jetzt die 99 vielleicht wird oder eine völlig andere Waffe. Keine Ahnung. Es gibt aber, finde ich, bei den ganzen Waffen, die aktuell am Start sind, keine Waffe, wo ich sage, die hat es verdient oder die müsste eine goldene Waffe werden, außer die 99, weil sie zu heftig ist. Vielleicht ist es ja die neue Waffe, die Volt SMG. Ich hoffe aber ehrlich gesagt, dass die Volt eine Standardwaffe. Damit man sie auch häufiger findet und Spaß an der neuen Waffe hat. Dann haben wir, wie gesagt, hier die erweiterten Magazine für die Elektrogewehre. Nicht die Elektrogewehre, für die Energiewaffen natürlich. Ein lila Mac kann man sich hier craften. Dann, und das fand ich schon krass, der Turbolader kommt zurück. Ich gehe aber fest davon aus, dass man den Turbolader nicht als Standard-Loot auf der Map findet, sondern den kann man sich wahrscheinlich wirklich nur an diesem Crafting-Table oder an dieser Crafting-Station craften. Was auch noch sehr interessant ist, wir haben hier einmal den Begriff Daily, Permanent, Weapon-Fit, was auch immer das bedeutet, Permanent und Weekly. Ich könnte mir vorstellen, dass man wahrscheinlich nur einmal in der Woche sich zum Beispiel dieses lila Knockdown-Schild craften kann. Und sowas wie die Devotion kann man sich einmal am Tag und das Evo-Shield kann man sich permanent quasi in jeder Runde neu craften. Das ist zumindest meine Vermutung und könnte vielleicht auch erklären, warum wir hier verschiedene Crafting-Stufen haben. Einmal 35 Crafting-Material, hier wöchentlich 50. Hier brauchst du einfach ein bisschen mehr. Ja, sehen wir dann, wenn Season 6 startet, wie es genau funktioniert. Und hier unten, Moment, sieht man so besser, du hast 150 Crafting-Materialien. Also kann man sich jetzt hier fast rund um dieses Teil craften und hat dann quasi sein Crafting-Material aufgebraucht. Ich denke tatsächlich, dass das Crafting-Material killbasiert kommen wird, dass man das vielleicht aufsammelt oder irgendwo auf dem Boden legt. So, jetzt wurde es aktiviert. Jetzt geht hier wie bei einem Care-Package die Tür auf. Und was haben wir hier drin? Wir haben hier Energie-Munition und passend dazu die Devotion. Die Volt SMG, hier ist sie perfekt pausiert. Die neue SMG, wie die R99, blut, dass es eine Energiewaffe sein wird. Wie gesagt, ist es aktuell aber noch unklar, ist es eine Standard-Waffe oder wird es eine Care-Package-Waffe? Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Sie sieht auf jeden Fall ultra geil aus. Und wie ich gehört habe, aus Titanfall eine extrem oder eine der stärksten Waffen überhaupt, weil der Rückstoß fast gar nicht zu spüren ist und sie wohl keine Travel-Time hat. Also die Bullets haben keine Travel-Time. Die Kugeln sollen wohl angeblich sofort beim Gegner landen, wenn du den Abzug betätigt hast. Da bin ich auch sehr gespannt. Die neue Legende ist klar, braucht man nicht viel zu erzählen. Genug gibt es jetzt schon eine Information von ihr. Aber wir sehen jetzt in-game so ein paar Fähigkeiten von ihr. Und hier haben wir die erste, die taktische Fähigkeit ist die Barrikade. Hier bin ich wirklich gespannt, inwieweit man das Ding zerstören kann. Vielleicht mit Granaten. Ich denke, mit eingehenden Schüssen wird das wohl schwierig sein, dieses Ding zu zerstören. Vielleicht mit einem Arcstar oder der Krypto-Drohne könnte ich mir vorstellen, kann man die Dinger kaputt machen. Und vor allen Dingen zeigt uns dieser Trailer, dass die Cooldown-Zeit für die Barrikade wahrscheinlich sehr gering sein wird. Vielleicht kann man auch zwei oder drei Barrikaden mit einmal stellen. Erinnert euch, der Revenant wurde ja irgendwann gebufft und konnte dann auf einmal zwei seiner Silencer-Fähigkeiten zeitgleich werfen oder kurz nacheinander oder einfach nacheinander. Und vielleicht ist das mit dieser Barrikade genauso. Und hier sehen wir auch, dass sie ihre ultimative Fähigkeit direkt hinter dieser Barrikade für Gibraltar aufgestellt hat. Vielleicht kann man auch, das könnte auch eine Möglichkeit sein, eine Barrikade in Verbindung, dass die Ulti aufgestellt wird in Verbindung mit einer Barrikade. Das kann natürlich auch sein, dass wir die Barrikade ohne dieses Schutzschild gar nicht aufstellen können. Das könnte natürlich eine Möglichkeit sein. Und hier bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wir sehen hier ganz klar, es wird wahrscheinlich auf dem Video nicht ganz klar zu erkennen sein, hier ist eine 150 zu sehen. Meine Vermutung ist, dass das die Distanzanzeige ist, weil hier auch so ein Rotpunkt-Laserpointer dran ist. Einer im Livestream meinte aber, es könnte auch sein, dass es vielleicht die Magazin... Ne, stopp. Hier unten ist ja... Hier sehen wir die Magazingröße. Fehler vom Amt. Wir haben 150 Schuss scheinbar schon bei Sheila drin. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Kreis hier so eine Art Überhitzung ist, dass wir nicht dauerhaft auf den Gegner schießen können, ohne dass das Ding überhitzt, wie bei der Elster zum Beispiel. Bleibt aber fraglich, könnte sein, dass das trotzdem ein Entfernungsmesser ist, diese Sache hier. Oder ist es einfach, wenn du auf den Gegner schießt, dass du so ein bisschen die Munitionskapazität im Auge hast. Ich denke, das liegt im Auge des Betrachters, aber auch hier werden wir dann feststellen, was es dann tatsächlich ist. Ach jo, übrigens, wir sehen hier die Unterseite dieser Rakete. Und jetzt fällt es mir auf. Ich glaube hier, diese Dinger, das sind diese ganzen einzelnen oder dieses einzelne Triebwerk, was wir im Phase 1-Teaser zu Season 6 neben der Sortierfabrik hatten. Ich nehme an, dass das eines von vielen Startsegmente oder Triebwerksegmente für die Rakete sind. Interessant. So, hier sehen wir zum Beispiel, und das ist auch sehr interessant, wir sehen hier die drei Barrikaden. Und die mittlere Barrikade, da fehlt das Schutzschild. Das könnte vielleicht deaktiviert worden sein oder irgendwas anderes. Ich bin sehr, sehr gespannt, inwieweit wir diese Barrikaden zerstören können. Ich habe die Befürchtung, dass Ramport eine sehr defensive Legende ist und wenn du gerade Ranked spielst und dann noch eine Watson und einen Caustic im Team hast, könnte ich mir echt vorstellen, dass es eine anstrengende Angelegenheit sein wird. Und das dürfte der zweite Finisher von Ramport sein. Apex Legends Season 6 Boosted. So, und jetzt hören wir Blisk nochmal und er hat gerade gesagt, Moment, ich mache nochmal zurück. Das ist ja nicht weit genug. Etwas Großes ist am Horizont. Und vergiss nicht, ich werde dich beobachten. Und nach diesem Satz und diesem Bild, was kann Blisk anderes meinen als diese Rakete und dass wir in diese Rakete in Season 7 steigen und wir dann ab in den Himmel auf dem Weg zu Olympus sein werden. Ja, das ist so meine Vermutung, was hinter diesen letzten Sätzen von Blisk steckt. Vielleicht kriegen wir ja schon in Split 2 unser Willen und kriegen die neue Map. Ich glaube aber eher nicht. Ich denke, dass in Season 7 Start von Olympus sein wird. Und ich bin auch überhaupt gar nicht böse, dass die neue Map jetzt noch nicht kommt. Ich möchte einfach sicher sein, wenn die Map kommt, dann nicht, weil unter der Hektik und die Community unbedingt sich diese Map wünscht. Sondern geben wir doch einfach Respawn die Zeit, die sie brauchen, um die Map vernünftig zu basteln. Sie wird wahrscheinlich schon lange fertig sein. Aber ich denke, dass sie in der Corona-Krise viele Fehler noch ausmerzen müssen. Und nichts wäre fataler, als jetzt in der Hektik in Season 6 eine neue Map rauszuhauen. Und sie wäre dann scheiße, weil lauter Fehler, Bugs, Glitches oder sonst irgendwas in diesem Spiel sind. Und das wollen wir, denke ich, alle nicht. Deswegen lieber drei Monate Geduld. Und ja, das war es soweit. Das war meine, ich hoffe nicht zu lange, Analyse. Ich möchte nochmal betonen, sollte ich was übersehen haben, vervollständigt es gerne in den Kommentaren. Wird ich mich sehr drüber freuen. Lasst mich allgemein in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Trailer haltet. Auf jeden Fall macht der Trailer Bock auf mehr. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir dann tatsächlich alles in Season 6 erleben werden. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Wie immer, dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.